herzlich willkommen zurück noch einmal zu wer das letzte play bis hierhin verfolgt hat weiß dass es eine frage gibt die mich die ganze zeit noch beschäftigt hat ich werde jetzt nicht das ganze spiel normal durchgehend alle entscheidungen aber ich würde sehr gerne wissen wollen was es mit dem fragebuch von samuas mann auf sich ich bin jetzt zu dem zeitpunkt zurück gesprungen in dem wir gerade das reinigungspulver hergestellt haben für den boden aber den boden noch nicht behandelt haben das heißt da ist das boden aufbereitungs pulver weil ich festgestellt habe dass in meinem moment wo ist das notizbuch genau das können wir mal lesen dass ich die wurden nach der bodenanalyse dass der boden mit einem pestizid behandelt worden ist und deswegen nicht recht wächst und dieses bodenreinigungspulver habe ich jetzt hergestellt das ammoniak essig und einer kleinen menge aus gold allerdings gibt es ein paar hinweise darauf dass dieser welt etwas nicht in ordnung ist und das möglicherweise der eindruck entsteht dadurch dass hinter dieser großartigen statue ja also dieser die nacht im fenster geleuchtet hat dass da nichts dahinter steckt ja also das ist ein artefakt von dem ich eigentlich erwartet hätte dass ich es zerlegen kann zu einem sternfragment das ist nicht der fall das tagebuch des mannes moment wo ist es das ist das glaube ich das hier dass ich nachts aus dem schrank geholt habe leute darauf hin dass mehr dahinter steckt ja also das heißt auch er konnte sich nicht erklären woher die göttung kommen beschreibt das idol ja weißer stein und kristall weißer stein mit kristall aus der hülle und hat entdeckt dass man zwei davon braucht um tatsächlich die eine besondere wirkung zu entfalten und das heißt man reihe das reicht aus die kraft eines einzigen reicht aus um einem blinden das augenlicht zu schenken das heißt in der nacht kann man tatsächlich besondere dinge sehen ich glaube dass damit die forschungsergebnisse in der bibliothek sichtbar sind ja also das heißt auf dieser aber das schauen wir uns jetzt genauer an und werden das bodenreinigungspulver nicht einsetzen meine vermutung ist dass samoa und laser gar nicht leben sondern dass es sich um maschinen handelt denn die tagesabläufe sind zu motivieren sie machen immer dasselbe und spulen nur einen selben rhythmus ab es gibt zur selben zeit essen sie gehen nachts nicht nach draußen und sie leuchten in derselben frequenz wie diese statue entschuldigung ja eine sache liegen jetzt im archivraum für dich bereit danke und schauen uns das jetzt erst mal an dass wir da jetzt überhaupt sehen können im archivraum das ist das forschungs poster und da können wir exakt nichts sehen hier steht nichts geschrieben und das liegt daran um nochmal das tagebuch des mannes aufzublättern dass wir offensichtlich dieses licht brauchen um auf dem poster etwas sichtbar zu machen also das ist das kleinere rätsel des ganzen und möglicherweise wird uns da der standort des zweiten idols verraten vielleicht steckt da mehr damit wir diesen strangen aber spielen können und ich erinnere noch mal daran wir haben hier sehr eigenwilligen schuppen mit dem wir überhaupt nichts machen können und den wir bisher auch noch nicht gebraucht haben und das finde ich sehr besonders also in dem spiel das alles einbezogen wurde selbst die sieben händler die hier standen waren irgendwann story relevant auch wenn es eine kleinere fetchquest war im memoriam an die ganzen backtrackings im üblichen standard point and clicks so das heißt wir werden jetzt erst mal samora's buch mit den gedichten aus der bibliothek hier geben aber werden den guten nicht reinigen so ist der buch vielen dank aufgabe im haus wahrscheinlich den rest des tages ja klar wir wollen ja in der nacht raus oh das ist wunderbar ich und glasa wissen das sehr zu schätzen jetzt arbeiten wir jetzt können wir überspringen komm setz dich zu uns thomas und dann dieselbe prozedur wie jeden abend so sprechen wir das tischgebet segne dieses essen und die menschen die es zubereitet haben wir freuen uns sehr thomas heute bei unserem essen begrüßen zu dürfen und hoffen dass es sein gedächtnis bald wieder findet sie jeden abend dasselbe ort lade und lasst uns alle dankbar sein für die gaben die wir erhalten der tag wird kommen so essen wir vielen dank für das essen samua gern geschehen thomas du hast ja dein essen heute wirklich verdient nach alter arbeit die du geleistet hast nun ja ich denke ich werde jetzt mit dem aufräumen beginnen und das sind immer dieselben sprachlichen muster immer diese exakt dieselben jetzt könnte man sagen ja es ist ein point and click und so weiter und so fort aber ich denke das ist es nicht das ist nicht der grund so wir werden jetzt bitte und nein ich möchte nachts aufwachen und in die bibliothek gehen ja das möchte ich der captain schlief bald ein da von der vielen arbeit am tag sehr müde war das hat gut geklappt hier war das tagebuch versteckt vielleicht noch mal ganz kurz weil es ja doch schon eine weile her ist hier die beiden die vor sich hin leuchten im dunkeln und mein problem ist es war irgendwo stand noch ein code irgendwo 299 rv oder re ich weiß es nicht mehr ich habe es mir auch nicht notiert es ärgert mich gerade ich hoffe nicht dass ich den brauche für irgendwas und wir gehen jetzt erstmal in die bibliothek ich möchte wissen was es hier mit der den fettenden pearls auf sich hat und dazu brauchen wir den bibliotheksschlüssel und öffnen diese türe und öffnen diese türe halt ist in dem schuppen hier was da ist auch nichts gut also noch nichts so dann gehen wir mal in die bibliothek und schauen mal was ich wie das noch mal im archivmaterial und wie mache ich das jetzt ich nehme die statue da drauf guck an das ist der schuppen wow das licht der statue hat gerade eine menge text auf der tafel enthüllt von interesse ist das das tor zum nächsten level das muss getestet werden erinnerung um nachts immer wieder aufzuwachen entfernte die statue aus meinem zimmer mit der nackten haut wasser berühren warum eigentlich am besten eine schüssel mit wasser neben dem bett aufstellen stell den modifizierten wecker auf die hälfte des morgens die statue muss aus dem zimmer was hat es mit der nachtaufsicht warum schlafen wir hey wie kommt es dass ich die leute nicht aufwecken kann haben die statue etwas damit zu tun ich muss einen besseren ort finden um das geheimnis zu verstecken das versteckte fach mit dem kartei schalter hier reicht für das erste priorität beschütztes amore und lasse die statue darf nicht erfahren dass ich eine zweite situe habe statue sind der schlüssel zur wahrheit wir sind mit den statue verbunden wie das ist der punkt der typ hat wirklich einige geheimnisse ich frage mich warum er glaubt dass sich vorsichtsmaßnahmen ergreifen muss um seine gedanken so zu verbergen das ist das geheime fach jetzt holen wir die zweite statue eine art holzgitter das muss das sein was in der forschung erwähnt wurde es hat sich geöffnet da ist etwas drin das ist eine zweite statue noch eine statue hat wirklich ernsthafte vorkehrungen getroffen um diese statue geheimzuhalten jetzt habe ich zwei davon so da würde ich mal sagen kann ich die kombinieren kann ich die kombinieren nicht dass ich den code brauche oh da stand doch irgendwo mal drin ich schaue hier lieber noch mal rein der schlüssel des lichts wird die tür zu den geheimnissen öffnen wenn die nacht der 2 zusammen kommt gut dann gehen wir jetzt mal in den schuppen und öffnen und fügen die figur zusammen er hat die statue aus dem haus entfernt das heißt in jedem haus steht so eine statue und sie sind damit verbunden na dann ah es passiert etwas es gibt es ja nicht was ist das für ein ort was ist hier los mit jedem schritt den ich mache wird es seltsamer das sind sehr gut gemachte humanoiden puppenteile wie es aussieht das ist eine Maschine ich vermute es ist eine Art Industriedesignstation auch hier gibt es mehrere Papierschemataue und sie scheinen auch ortkategorisiert zu sein seltsam die meisten davon beziehen sich auf den Bau von Gebäuden ja 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 so wie man sichs vorstellt ein verschlossener Deckel deckt ein Bedienfeld ab ein komplettes Experiment Moment okay den Schlüssel habe ich jetzt abgenommen das ist gruselig das ist gruselig die Frage ist aber wer hat das wer hat das gesteuert 32 Klimasteuerung Station 3 Wetter, Tiere oder Elefant das guck ich mir mal noch an achso was hat man nur denn also ok hier können wir nicht viel machen Sim Salabim Sim Salabim was ist das? oh mein Gott das ist so hey du wer bist du? oh äh hallo oh nein du bist es zumindest als ich das letzte mal nachgesehen habe wie bist du reingekommen? ich denke ich bin derjenige der die Fragen stellen sollte Seufz das ist nicht das wonach es aussieht was du nicht sagst bis vor ein paar Minuten dachte ich dies sei eine vor Raumfahrt Zivilisation und du einer ihrer Bewohner arbeitest friedlich als rechte Hand des Gouverneurs das ist es ich meine ein Teil davon ist irgendwie es ist kompliziert weißt du dass ich zur Space Fleet gehöre? ja das tue ich ich habe dein Schiff mit kurzstreckensgelern erfasst als du in den Orbit kamst deine Regierungs... Registrierungsmarker wurde von der Space Fleet ausgestellt warst du es der mich geschlagen und meine Sachen gestohlen hat? ja das war ich aber ich musste es tun ich konnte dich nicht einfach frei herumlaufen lassen und alles rummieren nun... hier bin ich und streife frei umher ja das tust du ich brauche all meine Sachen zurück natürlich ich werde sie sofort holen einen Moment ich habe zunächst noch ein paar Fragen an dich du bist nicht von hier oder? nein das war ich nicht die mianische Abstammung hier geboren und aufgewachsen in den Vorstädten von Booth wie ist dein richtiger Name? mein Name ist Birty Birthwell woher wusstest du wo ich landen würde? ich hatte gerade den abgestürzten Satelliten geordert als ich dein Schiff in der Umlaufbahn entdeckte ich dachte du wärst hier um das zu klären warum hast du dich dann in meine Bergungsaktion eingemischt? ehrlich gesagt ich habe den Tromiumstab für meine Studien gebraucht wofür ist die ganze Ausrüstung? ähm ja die Ausrüstung ich recherchiere gerade die seufz was soll's ich kann es genauso gut alles verraten ich bin freiberuflicher Wissenschaftler mein Forschungsgebiet ist die künstliche Anthropologie und das wäre? das ist die wissenschaftliche Untersuchung der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit dem sozialen Verhalten von Gesellschaften in der Vergangenheit und Gegenwart das ist die Schaltzentrale meines Forschungsprojekts Welche Art von KI erforschst du? ich versuche herauszufinden welche minimalen Stimuli für die KI nötig sind um sich in einer simulierten humanoiden Umgebung zu entwickeln und zu gedeihen die Forschung wird es mir ermöglichen um eine humanoide Verhaltensmuster um sozialen Gruppen vorherzusagen wissen die Einwohner von Fenton Peirce von deinem Experiment? natürlich sind sie sich dessen nicht bewusst das würde das gesamte Experiment unbrauchbar machen welcher Teil von all dem wird von der KI gestolzt? naja alles davon die Tiere, die Menschen wovon sprichst du? wie kann die KI die Menschen kontrollieren? ich bin mir nicht sicher ob du das richtig verstehst was verstehe ich nicht dass du verrückt bist? die Einwohner von Fenton Peirce sind Maschinen was? alle von ihnen? natürlich auch Samoa und Lazar? ja ich dachte du hättest das verstanden warum sollte ich das verstehen? ich weiß es nicht aber ich dachte du würdest unter anderem ihr seltsames Aufladeverhalten bemerken wovon sprichst du? wenn sie schlafen gelegt werden werden sie wieder aufgeladen was meinst du mit schlafen gelegt werden? es ist der Grund für das Idol von Tam es ist ein elektromagnetischer Transponder und eine Ladeeinheit ihnen eine Religion zu geben war ein offensichtlicher Weg ihr Verhalten zu kontrollieren ich glaub das nicht verstehst du es nicht gegen das Verfassungsrecht der KI Lebensform? das künstlich intelligente Wesen das Recht haben sich ihres Zustands und ihrer Herkunft bewusst zu sein? ich stehe hier kurz vor einem Durchbruch wie lange willst du das Experiment laufen lassen? es gibt kein geplantes Enddatum am Anfang ging es nie über den 15. Tag hinaus bevor es abstürzte aber jetzt sind sie schon fast im dritten Jahr und es gibt überhaupt keine Anzeichen für einen Rückschritt wenn ich dich dein Lieblingsprojekt behalten lasse wirst du diese aktuelle Simulation am Leben erhalten? ja natürlich je länger sie läuft desto mehr Daten kann ich untersuchen wenn du die aktuelle Simulation jetzt abschaltest werden die Algorithmen ihrer Parabel beschädigt nun dann kannst du mit diesen zweifelhaften Aktivitäten zumindest nicht weitermachen gehe und hole mein Zeug jetzt ja ähm wird meine Simulation noch laufen wenn ich zurückkomme das wird dir klar werden wenn du zurückkehrst ok dann gehe ich mal und hole deine Sachen ja bitte hier das wirst du brauchen es ist eine Aufzugsmarke damit du den Aufzug wieder nach oben nehmen kannst und bitte lass mich mal ein Experiment weiterführen hier einfach hole meine Sachen jetzt ich komme hoch wenn ich hier unten fertig bin so öfters ja passiert noch was wenn ich die nochmal zusammenhalte nichts mehr das kommt mir wie ein böser Traum vor sie sind alle Maschinen aber mit Hoffnungen und Träumen oder zumindest das was sie für ihre Hoffnungen und Träume halten ich sollte dieses Experiment wirklich beenden das ist nicht real aber ich denke man könnte sagen dass das für sie genauso real ist wie für mich es fällt mir schwer zu wissen was hier das Richtige ist da laden sie was brauche ich ich lass es laufen ich lass es laufen ich lass es laufen es ist ein Maschinen bitteschön es ist alles was wir bei dir gefunden haben einschließlich des Traumenglaubs den ich geliehen habe danke und jetzt lass mich hier raus damit ich meinen Shuttle dahin bauen kann naja klar aber ich muss die Tore hinter dir abschließen wenn du gehst kein Problem das wars dann wohl ich hab meine Sachen zurück mal sehen ob mein Armband noch funktioniert der Shuttle hallo könntest du jetzt runterkommen und mich holen wer ist da was meinst du wer ist das ich bin jetzt dein Captain Thomas Thomas Wellmore oh Thomas tut mir leid es ist mir peinlich aber ich hatte dich ganz vergessen ich bin müde komm einfach runter und hol mich ok ich bin unterwegs soll ich bei der aktuellen Stelle landen nein lande einfach an dem Ort an dem du mich abgesetzt hast ich werde sofort dorthin gehen bestätigt der Captain kehrte zum ursprünglichen Landeplatz zurück wo sein Shuttle auf ihn wortete ich hab mich nicht mal verabschiedet nachdem sie einige Zeit damit verbracht hatten den Servicetisch zu backen waren sie bereit zu gehen ich hab mich nicht mal verabschiedet von Samoa das ist eine gute Entscheidung Jetzt packen sie. Hast du die Bücher von da oben eingepackt, Lazar? Ja, sie befinden sich in dem blauen Kasten neben dir. Das ist nicht das Ende der Welt, weißt du? Ich weiß, Mama. Wir werden jetzt ein viel größeres Haus bekommen. Seufz. Ich kenne... Du müsstest keine Sorgen um mich machen. Willi hat es nicht so mit den Büchern, also dachte ich, wir sollten ein paar von unseren mitbringen. Es tut mir leid, dass es so weit gekommen musste, Lazar. Seufz. Ja, ich auch. Wem hätte ich ein Ende setzen können? Aber wäre das gut gewesen? Weiterleben. Es war schon sehr melancholisch. Willkommen zurück, Captain. Ja, danke. Passt. Ist alles gut gelaufen? Ich meine, es scheint ein bisschen länger gedauert zu haben, also wartet. Ja, ich weiß. Ich bin da unten eine Weile gestrandet. Ich habe es aber geschafft, das Tromium in die Finger zu bekommen. Das sind tolle Neuigkeiten, Captain. So, dann gucken wir uns mal an, das Tromium. Tatsache. Also, da bekommt man den Thron im Stad, äh, des Sternfragments. Aber damit geben wir uns mal nicht zufrieden. Schau mal, was passiert, wenn man das Experiment abbrecht. Dann wäre es so, als hätte es Samoa und Lazar nie gegeben. Ich habe mich auch bitter. Was wirkt es mit diesem Blatt? Für was auch immer man sich hier entscheidet. Aber es passiert etwas. Oh, was für ein Ort. Was ist tierlos? Also gut, dann springen wir das Ball, was wir schon hier gespielt haben. Ich muss noch mal ganz kurz überlegen. Und ein schönes Screen für die Folge. Ich denke, das wird er werden. Und wir brauchen nur den Schlüssel. Und... Lass uns mal schneiden. Hier hat er gesessen, unser Kollege. Sam Salabim. Was ist das? Oh mein Gott, das ist so. Hey du, wer bist du jetzt? Gehen wir den Dialog nochmal durch. So. Space Fleet landen. So. Also er darf es nicht. Also er darf nicht... Die KI nicht wissen lassen, dass sie eine KI ist. Das ist eine interessante Frage, weil wir jetzt schon ein paar Mal mit KI zu tun hatten. Und wir haben an Stroll zum Beispiel gesehen, dass sich die KI durchaus darüber im Klaren ist. Und dass sie eine eigene Kultur und Zivilisation entwickeln kann. Und dass diese Möglichkeit hat die KI ja nicht bekommen. Das sind alle Maschinen, die Öffnung und Träume. So. Gut, nun das war's, denke ich. Ich hoffe, dass ich hier die richtige Entscheidung getroffen habe. Mal sehen, was jetzt passiert. Das ist alles, was wir bei dir gefunden haben, einschließlich des traurigen Staubs, den ich geliehen habe. Und jetzt lass mich bitte hier raus, damit ich meinen Shuttle herunterrufen kann. Äh, klar. So, also das ändert sich überhaupt nicht. So, jetzt haben wir den Syrus-Tisch eingepackt und fliegen. Aber jetzt bin ich mal gespannt auf den End-Dialog. Das ist gut, Samoa. Das ist schwierig. Das Spiel lässt einen nicht in Ruhe, ne? Oh, das ist bitterer. Das ist am Morgen mit ihrer Tochter im Bett. Also, ich bin froh, in letzter Konsequenz. Das ist das, dass ich im Hauptspiel das Ende der Helfen den Hunter gespielt habe und das Geheimnis nicht aufgedeckt habe. Ähm. Und es zieht nochmal eine andere Ebene ein in diesem, in diesem Spiel. Was trauen wir? Das sind nochmal ein paar andere Aspekte in diesem Spiel, in dieser Storyline. Das heißt, wir haben auf Fenton Perth auch mit KI zu tun. Genauso wie wir auf Soma mit KI zu tun hatten. Allerdings war auf Soma, hatten wir uns für die Brennstoffzelle entschieden. Ich gehe mal ganz zurück. Kann ich überhaupt nochmal ganz zurückspringen? Ach, guck an. Kann ich nicht. Soweit reichen die Speicherstunden nicht zurück. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich nochmal direkt nach Soma zurückspringen kann, um das alternative Ende zu zeigen. Aber wir springen mal ins Hauptmenü, um uns den Fortschritt anzeigen zu lassen. Tatsächlich bin ich mir gar nicht sicher, was das Schwoar uns gebracht hätte. Ähm. Vielleicht nochmal ganz kurz hier zurück die gefundenen Enden. Ähm. WL624, hier haben wir alle die vier Wissenschaftler zurückgelassen. Ähm. Real Caduce haben wir den Laser geborgen. Ähm. Den Creon-Kristallen Soma ist das mit drei Enden gewesen. Straws, das heißt, wo wir uns gegen die KI entschieden haben. Epsilon haben wir zwei, drei Wissenschaftler zugelassen. Ähm. Xerum sind wir nicht gewesen. Ähm. Schwerer Schatten. Ähm. Das sieht auf mir wegen des zerstörten Tempels. Ähm. Ähm. Als ich die Kräfte des Ortefacts verloren begann, die Greenfinger zusammen zu gehen. Das ist, ähm, eine Verhandlung die ich trage. Ähm. 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 Ich hoffe, dass er mit dem Spiel, äh, zwei Dinge, ähm, verbunden sind, nämlich die ähm, Ähm. 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 Die Zielstellung, die man sich selber setzt, ähm, nicht dazu führen, dass man seine moralischen Prinzipien, ähm, aufrecht erhalten kann. Ähm. 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 Es ist ja nicht, wann ich das angehe. Wie, warum? Und steige ab sofort erstmal wieder in die normalen Semester und takt ein, ähm, mit Videos zu Vorlesern. Sie haben das schon in möglichen Sprachgeschichte und die Grundlagen der digital Humanities. und jetzt wird es also erstmal wieder linguistische Inhalte geben und irgendwann Endiment. Bis dahin und danke fürs Zuschauen. Ciao.